Dieses Video wird euch gesponsert von Lieferheld. Du willst dich einfach mal zurücklehnen und von der Apokalypse entspannen? Dazu ein wenig Fernsehen und mal was anderes essen als... ...oder... Die Eule war ja nicht so der Knaller. Dann folgt dem Link zum Lieferheld-Filmmenü oder bestellt dein Lieblingsessen per App. Zu jeder Bestellung bis zum 30. November 2017 erhältst du einen Filmgutschein für einen Film nach Wahl. Klicke einfach auf den Banner Lieferheld sagt Danke, auf der Bestellbestätigungsseite und erhalte deinen Gutschein per E-Mail. Hallo Leute, in diesem Video geht es wieder mal um The Walking Dead. Staffel 8, Episode 4 mit dem Titel Some Guy ist jetzt ausgestrahlt worden und dazu gibt es eben einiges zu besprechen. In diesem Video mit dem Titel Lange lebe der König geht es sehr speziell um Ezekiel, auch teilweise um Carol und was eben in dieser Folge passiert ist. Und für alle, die jetzt neu auf diesem Kanal sein sollten und ihr kennt das ja alles noch gar nicht, ich werde während der ganzen Staffel viel über Walking Dead reden. Ich habe auch schon ein tolles Video über Ezekiel für morgen gleich geplant und damit ihr das nicht verpasst oder den Livestream, der heute Abend um 22 Uhr stattfindet, wo wir uns ausführlich über die Episode unterhalten werden, empfehle ich doch einmal den Kanal zu abonnieren und die Glocke für Benachrichtigungen daneben zu aktivieren. Nun, was ist hier passiert und warum ist diese Folge so unglaublich geil gewesen? Jetzt mal ehrlich, ich muss da jetzt ganz viel ins Detail gehen. Es ist mit Abstand eine der besten Episoden der ganzen Serie, das ist meine Meinung zu dieser Folge und ich bin wirklich überrascht, denn Walking Dead ist in so einer kleinen Abwärtsspirale gewesen. Nun haben wir geballte Action, aber leider waren die ersten drei Folgen an manchen Stellen nahezu unlogisch. Das Problem ist nämlich, oder beziehungsweise nicht nachvollziehbar, denn wir ziehen plötzlich in den Krieg. Es gibt einen Plan, der existiert, aber der wird uns nicht anvertraut, okay? Wir gehören nicht in den engsten Kreis. Wir als Zuschauer wissen nicht, wie der Plan aussieht. Nur am Rande, durch ganz genaues, aktives Zuschauen und Zuhören bekommt man mit, okay, letzte Folge war da noch irgendwas mit irgendwelchen Waffen und die will man sicherstellen, aber die waren dort nicht. Und erst die Schlussszene macht dann quasi deutlich, dass diese scheinbar eben dorthin verlegt wurden, wo Ezekiel jetzt am Außenposten zuschlagen wollte. Und bisher war das alles ein wenig verwirrend. Dadurch, dass wir uns jetzt auf Carol und Ezekiel fokussiert haben, wird das Ganze ein bisschen konzentrierter und dadurch auch einfacher nachzuvollziehen. Die Episode eröffnet tatsächlich mit der Szenerie im Kingdom, im Königreich, wo Ezekiel sich anzieht, wo seine Männer sich fertig machen, wo sie sich alle verabschieden. Und ganz interessant war dabei einfach, Ezekiel selber zu erleben, wie er ganz normal, wie jeder x-beliebige auch zu Hause aussieht, wenn er sich gerade anzieht. Und bei ihm ist es einfach mal so, dass er der Schauspieler ist, der ist und die Rolle des Königs spielt. Er kleidet sich an, macht sich vor dem Spiegel fertig und er steigt in seine Rolle. Okay, er spielt nur den König. Und das wird in dieser Folge sowas von deutlich und sowas von zerstört. Nun, wenn sowas passiert, das habe ich übrigens ganz kurz der Hinweis aus Game of Thrones gelernt, Staffel 6, Episode 10 müsste das gewesen sein. Da haben sich auch die wichtigsten Hauptdarsteller gerade angezogen, fertig gemacht, um da ein bisschen reinzukommen. Und da es das Finale der Staffel war, BAM! Da passiert dann halt auch sowas richtig Heftiges. Und genau das haben wir hier auch. Okay, wir haben noch diese Gruppe von Menschen, die sich dann gerade alle freuen und verabschieden. Und wir ziehen jetzt in den Krieg. Es ist scheiße, wenn, und wie er in seiner Rede gesagt hat, okay, wir werden wahrscheinlich auch bluten, aber wir werden siegreich sein. Nun, ja, daraufhin schneidet dann, also gibt es dann diesen Cut und die Szene springt rüber zum Leichenberg, wo wir Körperteile am Boden liegen sehen. Und das macht die Folge auch gnadenlos brutal. Das hatten wir bisher so nicht in dieser Staffel. Schon gar nicht in dem Maße. Und vor allem sehen wir jetzt die Auswirkungen dieses unglaublich großen, brutalen Maschinengewehrs, das dort in die Menge geschossen hat. Löcher in den Körpern, die größer als Billardkugeln sind und einfach mal, wie gesagt, ganze Gliedmaßen abgefetzt haben. Und das ist einfach so brutal. Ezekiel hatte eben noch davon geredet, dass sie jetzt gewonnen haben und das es geschafft haben. Nicht einer ist gestorben und das ist was ganz Tolles. Und im nächsten Augenblick liegen die alle tot. Er kann es nicht fassen. Er ist am Ende. Er ist vor allem verletzt. Das ist wichtig. Er ist am Bein verletzt. Wurde also doch getroffen. Kann sich kaum halten. Versucht noch zu flüchten. Und dann hat er eben hier noch gerade so Hilfe gehabt. Das Problem ist, im nächsten Augenblick taucht dieser komisch aussehende, nerdige Savior auf, der scheinbar keinen Namen hat außer Negan. Und das war wiederum ein sehr interessanter Charakter. Nicht, weil er, beziehungsweise er selber ist nicht interessant, aber das, was er gesagt hat, wie er sich über Ezekiel lustig gemacht hat, beziehungsweise wie er eben auch durch seine Worte mehr und mehr Ezekiel zerstört hat. So nach dem Motto, er ist halt kein König. Und er ist halt einfach nur irgendein Typ. Der hat halt eine große Wildkatze an seiner Seite. Wie auch immer er das jetzt geschafft haben mag. Und letzten Endes ist Ezekiel nichts anderes als jeder andere auch. Nun, Negan will ihn am Leben haben, lebendig haben. Wenn möglich, also versucht er ihn noch zu retten. Und Ezekiel hat aufgegeben. Ezekiel ist am Ende. Der kann nicht mehr. Also das war einfach zu viel für ihn. Er hat jetzt wirklich alle um sich rum sterben sehen. Das waren seine Freunde. Und man sieht förmlich wirklich, wie es ihm immer schlechter geht. Er probiert ja noch einmal. Es war so eine einmalige kleine Aktion, wie er versucht hat, ihm dann das Schwert wieder abzunehmen. Aber er war wirklich kaputt. Er war bereit zu sterben. Das hat man auch in den Szenen danach gesehen. Das war dann wiederum krasser Übergang. Also wirklich an Brutalität kaum zu übertreffen, diese Folge. In dieser Serie, wie dann Jerry ankam mit seiner Streitachs und ihn regelrecht in zwei Hälften geschlagen hat. Das ist extravagant brutal gewesen. Ich bin ganz sicher, das wird einigen nicht gefallen. Aber ich bin auf der anderen Seite der Meinung, wir sprechen hier von The Walking Dead, einer Serie, die eben vom Tod irgendwie lebt. Und natürlich muss man es nicht übertreiben mit der Brutalität irgendwo. Aber gleichzeitig finde ich es wichtig, dann auch diesen Grauen zu zeigen. Denn das, was uns dabei anekelt, nur das mitzuerleben, dabei will man doch eben, oder bin ich der Meinung, sollte man versuchen, noch mehr in den Charakter sich hinein zu versetzen und nachzuvollziehen, was sie dort gerade alles erleben. Nicht, dass der Savior jetzt in zwei gespalten wird, aber dass er dort zum Beispiel all seine Freunde so zerfetzt und tot und verstümmelt sieht. Und das zerstört ihn noch mehr, als es man sich vielleicht vorstellen kann, wenn man das nicht sehen würde. Und wir sehen ihn dann schreien, wir sehen ihn am Ende. Und wie gesagt, letzten Endes taucht hier Jerry auf, der ebenfalls mit, ich habe es schon immer wieder gesagt, einer meiner Lieblinge ist einfach, weil er unglaublich viel Humor mit reinbringt. Als er dann sagt, ey Ezekiel, danke dafür, dass du einfach so ein cooler Typ bist. Und es ist ein dynamisches Duo, finde ich. Und es macht einfach Spaß, sie zu sehen. Das Problem, das ich mit Ezekiel bisher hatte, ist einfach mal, dass er schwer zu greifen ist. Eben wegen seiner Schauspielerei, wegen dieser Rolle, die er spielt. Und egal, dazu komme ich in einem anderen Video gleich morgen nochmal. Dazu gibt es ein extra Video zu Ezekiel, da will ich ein bisschen genauer auf seinen Charakter eingehen. Und deswegen breche ich an dieser Stelle ein bisschen ab und springe mal zu Carol. Carol hat sich letzte Folge noch quasi abgemeldet beim König. Hat gemeint, okay, ich gehe nochmal die Gebäude checken. Das tut sie ein. Glück hat sie das getan, denn so musste sie nicht von diesem freien Feld erst flüchten und möglicherweise noch beschossen werden. Und hatte dann die Gelegenheit, hier vier auf einen Streich dann über den Haufen zu ballern. Problem nur, da waren dann gleich noch ein paar mehr und die sichern dann die Waffen. Es ist unglaublich cool, Carol wieder als Badass zu sehen, wie sie uns schon über mehrere Staffeln hinweg so begleitet hat. Und auch wenn sie sich für eine Zeit lang zurückgezogen hat, das ist durchaus menschlich einfach mal. Und es mag uns als Zuschauer vielleicht so ein bisschen, ja, irritiert haben, wenn nicht sogar genervt haben. Die Meinungen gehen da ganz weit auseinander, manchefalls auch sehr, sehr nachvollziehbar. Und nun hat sich Carol hier wieder zurück in ihren Badass-Modus begeben, wo sie dann anfängt, völlig gnadenlos die Leute sehr schnell, sehr effizient auszuschalten. Und selbst dann, wenn es eigentlich völlig aussichtslos aussieht, lässt sie sich nicht unterkriegen. Es gelingt ihr, den einen Typen dann, ja, gefangen zu nehmen, mehr oder weniger. Und ihn dann als Schild zu benutzen. Es gelingt ihr dann, die paar, die auf sie schießen. Und sie ist unbewaffnet in dem Moment dann quasi. Wie gelingt es ihr trotzdem noch, dann die Zombies auf sie zu hetzen? Und das ist einfach mal so heftig gut, dass sie in der Situation noch die Ruhe bewahrt und einen Überblick über alles gewinnt. Das hat Spaß gemacht zum einen. Und jetzt komme ich aber zu der ganzen Besonderheit in dieser Folge. Wir hatten gerade in Folge 2, als es dann zu diesem Kampf kam von Aarons Gruppe und seinen Leuten, wie sie dann auf die Saviars geschossen haben und auch die Folge vorher in der ersten Episode dieser Staffel, wo man auf die Fenster geschossen hat. Wir sprachen die ganze Zeit von unendlicher Munition, wie sie denn so einfach so wahllos und wild rumballern können. Und diese Folge ist deswegen dafür umso besser, denn sie zeigt diese ganze Spannung. Ezekiel, wie er auf dem Feld wegkriecht, hatte dann noch die Pistole mit einem Schuss. Das Maschinengewehr, oder ja doch, Maschinengewehr, das in seiner Hand hatte, gar keinen Schuss mehr. Hier haben wir keine Munition und das hat unglaublich viel Spannung aufgebaut. Wir durften dann gar genau miterleben, wie Carol extra noch das Magazin gewechselt hat, damit sie ein bisschen schießen konnte. Und dann hatten aber auch die Saviars nur noch wenig Munition. Und das ist so ein ultra cooles Hin- und Hergewiss. Es hat richtig Spannung aufgebaut und man ist immer mehr in dieser Episode versunken. Und man wollte einfach irgendwie, man sitzt schon am Rand der Seine Stuhl und will wissen, wie es weitergeht und kann es kaum fassen. Das war so mein Gefühl jedenfalls. Carol ist dann, ja, hat dann eben auch noch gesehen, wie Ezekiel und Jerry dort in Gefahr sind. Und gleichzeitig wollte sie aber die Waffen sicherstellen. Und das ist ein Dilemma. Das ist wirklich eine Entscheidung, die sie jetzt fällen muss. Und das ist es, was ich so grandios finde an The Walking Dead. Das macht das einfach so unglaublich krass und schwierig. Und man fühlt dort mit. Und man will ja unbedingt, dass alles gleichzeitig passiert. Aber sie musste sich in dem Moment entscheiden, hat sich dann dafür entschieden, Ezekiel zu retten. Hier mal so ganz kurz random, also zufällig reingeworfen. Vielleicht liebt sie ihn inzwischen oder ist verknallt oder wie auch immer. Mag ihn im Prinzip, finde ich, ist einfach nur klug zu entscheiden. Okay, lieber helfe ich meinen Leuten zu leben. Einzige Gefahr, die ich darin gesehen hätte, ist, dass in dem Moment, in dem sie versucht, denen zu helfen, dass die Saviars auf sie geschossen hätten. Ist Gott sei Dank nicht passiert, aber die haben halt die Gelegenheit genutzt, zu flüchten. Und damit kamen wir zu einem anderen Highlight in dieser Episode. Zu dieser Verfolgungsjagd mit Daryl und Rick. Die haben letzte Folge noch erfahren, dass die Waffen eben zu einem anderen Außenposten gebracht wurden. Sie haben genau gewusst, zu welchem, haben sich auf den Weg gemacht. Und kamen dann im rechten Moment noch an, konnten das Auto verfolgen. Und wir hatten hier, wie gesagt, eine sehr, sehr interessante Verfolgungsjagd. Auch wirklich von der Aufnahme her, von der Darstellung, hat mir das sehr gut gefallen. Wie man erst noch annimmt, okay, Daryl, der ist jetzt außen vor, weil er dann irgendwie an der Seite am Straßenrand gelandet ist. Und im nächsten Augenblick taucht er dort hinter Rick auf und schafft es dann, den Schützen zu erschießen. Sodass es ihm dann auch noch gelungen ist, diesen Wagen und alle Waffen eben sicherzustellen. Und dieses ganze Hin und Her, bis dorthin schon, war großartig. Doch dann kommen wir zu diesem ganz großen Schockmoment in dieser Folge. Und zwar spreche ich selbstverständlich vom Verlust von Shiva. Das Ganze musste sein, okay? Also man übernimmt das hier knallhart aus den Comics. Ich habe darüber ja schon in meinem Comic-Serien-Vergleich gesprochen. Aber der Punkt ist, man übernimmt das hier. Das hätte man auch später machen können, aber dann hätte es diese ganze Szenerie später gegeben. Und was ich besonders poetisch daran irgendwie schon finde, ist, dass Ezekiel noch in dieser Folge erneut davon erzählt hat, wie er sie damals gerettet hat. Das hatten wir schon mal im Gespräch mit Carol. Da ging es eben darum, dass er sie dann im Zoo gerettet hat, weil ihr Bein verletzt war. Sie hat geblutet, er hat sie bluten sehen und hat sie daraufhin gerettet. Er ist wirklich quasi selbstlos da reingesprungen und wurde auch von ihr verletzt, aber trotzdem hat er sie dann gerettet. Und in diesem Fall ist es Ezekiel, der verletzt ist am Bein und auch blutet. Und Shiva springt zu seiner Hilfe in die Gefahr rein und rettet ihn. Dabei verliert sie allerdings ihr Leben und auch Ezekiel sieht sie erneut bluten. Das Ganze macht das Ganze auch irgendwie tragisch und traurig, sehr, sehr traurig. Zumal einfach mal Shiva wirklich toll und cool animiert ausgesehen hat. Aber der Punkt ist eben, irgendwo gehört das halt auch zu dieser Kernstory. Und was ich jetzt erwarte von Ezekiel ist, dass er dadurch deutlich, deutlich bodenständiger wird. Er hat halt irgendwie jetzt auch für sich eingesehen, okay, er ist kein König. Er ist wirklich nur irgendein Typ, der, wie er auch gesagt hat zu Carol, er hat eine Entscheidung gefällt. Er hat eine Entscheidung gefällt, diese Rolle zu spielen und dieser Typ zu sein, der König zu sein, um eben auch anderen das Gefühl von Sicherheit zu geben, das Gefühl zu geben, dass er sich um sie kümmert. Und das war Teil seines Charakters. Carol hat sich auch entschieden, zum Badass zu werden und alles zu tun, was sie im Laufe der Zeit schon getan hat und auch heute so gnadenlos und brutal durchzuschlagen, weil sie weiß, es muss sein. Und sie hat diese Entscheidung ganz aktiv gefällt. Und jetzt wird aber Ezekiel eben vermutlich in den künftigen Episoden halt deutlich, deutlich bodenständiger werden und dann mal auf den Boden der Tatsachen kommen. Denn nun konnten wir dann zuallerletzt sehen, und das war mit einer der emotionalsten Momente fast schon, will man meinen, wer dann im Königreich angekommen ist, wo sich alle noch verabschiedet haben, wo er allen noch Hoffnung gemacht hat mit seinen Reden. Und das ist auch so das kleine Problem an seinen Reden immer gewesen, sie waren zu vielversprechend. Ich meine, ich bin absolut damit einverstanden, dass man seine Leute motiviert und dass man natürlich das Gute verspricht und sagt, das muss sein, wir alle müssen uns aktiv dafür entscheiden, aber es bringt uns ja auch in eine tolle, neue, bessere Welt. Nun kehrt er quasi alleine zurück und all die ganzen Menschen, die dort im Königreich leben, haben jemanden verloren. Ich meine, er selbst hat sie auch alle verloren, aber ihr wisst schon, was ich meine. Das Familienverhältnis ist dann nochmal ein bisschen anders. Hier wurden Väter, Mütter, Brüder, Schwestern, all sowas wurden verloren, Kinder wurden verloren, je nachdem, ich meine, der eine war dann der Sohn von jemandem, und sie alle sind gestorben. Und das Königreich muss damit jetzt erstmal klarkommen. Ezekiel selbst ist so erschüttert, so fertig, dass er sich gar nicht mal mehr an seine Leute wenden kann. Und das war ein brutaler Abschluss für diese Folge, nachdem man schon so viel erlebt hat, und deswegen bin ich jetzt der Meinung, dass es mit Abstand eine der besten Episoden gewesen, die wir in Walking Dead bisher so erlebt haben. Das war im Wesentlichen meine Review, meine Zusammenfassung von allem, was passiert ist, und ein bisschen Feedback dazu. Ich hoffe, ich habe nichts allzu Wichtiges vergessen. Wenn doch, schreibt es mir ruhig in die Kommentare, und was eure Gedanken zu dieser, in meinen Augen, immer noch grandiosen Folge waren und sind. Was haltet ihr von all dem? Wie geht es euch nach dieser Folge? Wie gesagt, es war sehr brutal auch gleichzeitig. Für manche mag das, wie gesagt, nichts gewesen sein, und vielleicht seid ihr ein bisschen abgeschreckt, oder wie denkt ihr jetzt über Walking Dead, über die Geschichte, über die Handlung, und wie geht es euch? Lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare, und seid hoffentlich heute Abend um 22 Uhr mit dabei, wenn wir dann wieder mal über die aktuelle Folge gemeinsam sprechen werden. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann, wie gesagt, spätestens heute Abend. Ansonsten morgen eben versprochen nochmal das Ezekiel-Video. Macht's gut. Bis dann.